Du hast es geschafft Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal StibyPlay So und heute spielen wir beim auf dem Community Server weiter also bei Gommels Server Spiel weiter wo wir das mal Stinkelbeam sind Und schauen wir Wie ich am Anfang fehle Genau Scheiße So Komm schon Vielleicht schaffen wir dieses Level so an euch durch Keine Ahnung wie gross das Level ist Habe ich Keine Keine Ahnung Okay Wieder gefehlt Ach du Achtung So Bäm Oh mein Gott Komm schon Bitte bitte ich werde es schaffen Bäm 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 Super 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 Wider gefällt Ich glaube dort muss ich an also anhalten glaube ich So So Bäm Dann hier rüber springen Ach Ja 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 Ich bin glaube ich warte gekommen Geil 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 Und wieder Gefällt Wenn man meine Taschentur Nein Nein Nicht dein Ernst Nicht dein Ernst Nicht dein Ernst Doch Ist die Ernst Was Würde ich wieder von da hinten anfangen Ja Komm schon Das kann es ja nicht sein Läuft bei denen Läuft Ah Der springt Hä Wieder Nicht geschafft Ok Ich glaube ich springe von Hä Das ist schon schwierig was ich jetzt sagen Warte mal wenn ich von hier Aha Machen das alles so locker flockig Ich aber mittlerweile auch Oder auch nicht So komm schon Ähm Ich hoffe das letzte Video Oh mein Gott Mit dem lieben XAli Tutorials Und LP Ich finde ich noch mal unten in diesem Video Noch ein Dankeschön an ihn Weil er ist auf die Idee gekommen Ehm The Crew Einen Drift Wontage Aufnehmen Ich muss euch sagen ein großes Dankeschön an die Ist echt super Er ist ein guter Kumpel von mir Und Er hat einfach so gesagt wir könnten ja aufnehmen Und so mit drifts und so und ich so ja können wir Und Es war echt ein ziemlich geiles Video geworden Wir haben es gestern abend bis fast Ein uhr scheiße bis was ein uhr geschnitten Danach hochgeladen und so Und ja Es war echt cool Und wo muss ich hier überhaupt durchspringen frage ich mich gerade Spring du mal vor bitte Bäm Und jetzt Ah 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 ok so läuft der Hase So Aha Man muss da auf die Leiter springen die da ist Ok Ok Da fehlen die Leute auch gerade Also ist das ein Etwas Etwas schwieriger Aber es muss sich eigen ein trick geben Nein gibt es nicht Hm So komm schon Ähm Aha Sollte dass man wenn meine Tastatur zu laut und sich Ich bin mir irgendwie gewinnt immer so auf die Tastatur zu Oh Oh schlagen Keine Ahnung wieso Aber meine Tastatur lebt noch Oh Nein Das habe ich es geschafft so eine scheiße und ich bin einfach weiter gesprungen Oh Fail und heute sind es Wir sind so viele Leute Berichte euch doch mal Oh und ich schaffe es natürlich nicht mehr war ja klar Nicht mehr schaffig ist jetzt Das war ja klar Hm Schaffig ist natürlich Oh man komm schon Wer ähm Ich habe es ja vorhin auch mal geschafft Ich schaffe es aber irgendwie jetzt nicht mehr Wieso denn Komm schon Ich will es dieser Sprung schaffen Nein Oh Kann ich diese Sprünge hier auch nochmal neu machen Und so fällt man immer wieder zurück Ach scheiße man Scheiß die wandern Komm schon Mann Mann komm jetzt Ich krieg die Krise Ja Bäm Na Aaaaaaah Scheisse Komm jetzt bitte Ah Gefehlt Gleich am Anfang War ja klar Na War ja Klar Läuft Und jetzt schaff ich den Sprung immer noch nicht War ja klar Aber wieso geht der nicht Ich schaffte nicht ich schaff ihn nicht Der Sprung ist echt Es ist wieder über Vier Blöcke Geht nicht geht nicht Nein Geht nicht Komm jetzt Ich darf nicht sagen Es geht Sagen wir so Sprung ist easy Hä aber wieso habe ich ihn vorhin mal geschafft Wie das denn Was habe ich Was habe ich bloß gemacht Was habe ich bloß gemacht Nein Da geht nicht Da geht nicht Ah Warte jetzt Nein Ich muss vielleicht Oh mein Gott In die Mitte zu springen Ah Aha So Wo ist das Oh mein Gott Start Ok Hä Ok Gleich nochmal Entschuldigung Weil dieses Was läuft Läuft Nein Knapp 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 Schafft Schaff ich nicht Ich muss ein bisschen später abspringen Habe ich so das Gefühl Ist Das geht auch scheiße So Ja 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 So Super Das will ich sehen So Weiter Da 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 Muss ich jetzt hier runter Nein Ich glaube nicht So easy Würde ich mal sagen So Ach scheiße Komm schon Jetzt will ich den Oh mein Gott Hä Aber weil da die Decke ist Ich muss direkt von dem darauf springen Du hast es geschafft Vielen Dank fürs Mitmachen Von Son Snogs Danke an dich Ne Wenn das Video hier siehst Herzlichen Glück und Sonja Da würde ich sagen Es war ein geiles level Da werden wir auch noch mehr level spielen Und mein skin ist weg Cool Denn ich liebe den anfang skin Weil das so scheiße aussieht Ne Also Keine Ahnung wieso mein skin weg ist Tut mir auch leid Und Da würde ich sagen Wir sehen uns in einem neuen video Und guck mal auf Ähm X X Ali Tutorials Äh Und LPs Oder wie das heißt Tutorials Irgendwie so Ich habe gerade den Namen vergessen Oder abgekürzt X Ali TLP Genau TLP Und Lässt bei ihm sichern Wenn ihr wollt könnt ihr bei ihm ein Abo da lassen Da vielleicht bei ihm auch noch mal ein The Crew Video Drift Und Je nachdem keine Ahnung Pipapo werden kommt Und Ja Danke nochmal an dich X Ali TLP Und Ja Bis zum nächsten Mal in einem anderen Video Und Noch einen schönen Abend Schönen Tag Schönen Mittag Keine Ahnung wenn ihr das Video guckt Und Ciao